Hallo, wir sind heute in der Ratiboastraße 14. Das ist hier ein riesiges Gelände am Landwehrkanal in Kreuzberg. Was ist die Ratiboastraße 14? Das ist ein Verein und das ist aber ein großes Areal, was ehemals schon seit fast 170 Jahren ein Gewerbeareal war. Da waren viele so kleine Gewerbe. Eigentlich wurde von hier aus die Stadt erbaut und heute atmet das irgendwie immer noch diesen Charme des bisschen älteren Berlins, also manche mögen sich an die 90er erinnert fühlen, weil es halt hier so viele so alte Backsteinbauten gibt und es gibt aber vor allem hier halt so eine große Freiheit. Hier gibt es insgesamt 80 Arbeitsplätze. Es gibt einen deutsch-türkischen Biergarten, es gibt eine deutsch-türkische Autowerkstatt, es gibt einen Wagenplatz, einen der letzten hier auch in Kreuzberg. Dann gibt es ziemlich viele Handwerksbetriebe, ich glaube so zwei Dutzend insgesamt, kleinere und größere, die vor allem so Schlosserei, Metallbau, aber auch eine Tischlerei, so ein Tischlereikollektiv gibt es hier. Und man arbeitet sehr gut zusammen. Wir sind zum Teil schon sehr lange auf dem Areal. Manche, also so ganz alteingesessene Unternehmen, die auch einen sehr sehr großen Kundenstamm haben und die anderen sind schon lange in Kreuzberg, aber erst seit ein paar Jahren hier jetzt auf diesem Werkhofstreifen, auf dem wir gerade sind. Da war hier ein Holzhändler bis vor zweieinhalb Jahren, war hier dieser Holzhändler, wo auch immer noch Kundschaft hier auf den Hof kommt. Und jetzt, wo früher drei Leute und einen Gabelstapler hier rum vorwerkten und sehr viel Holz lag, sind jetzt hier auch so 24, 25 Leute hier jeden Tag am Werkeln. Ein Bootsbauer, eben verschiedene kleinere Metallbaubetriebe und ich habe hier auch meine Netzbastelwerkstatt. Bastelwerkstatt. Was heißt für euch, wenn ihr hier so seid auf diesem ganzen Gelände, was bedeutet für euch selbstbestimmtes Leben? Wie drückt sich das für euch aus? Also ich kann jetzt vor allem für den Werkhof sprechen, auf dem wir auch gerade sind. Der ist schon so eine Art Utopie auch für uns, dass es uns hier gelingt zusammen zu arbeiten, hier aber auch manchmal den Feierabend noch zu verbringen. Dann kommen die Kinder vorbei, dann kann man hier spielen. Und dass man sich aber vor allem in der Arbeit so sehr vernetzt. Also dass der eine Tischler dem anderen Tischler dann hilft und was ausleitet oder der hat die Maschine und der hat die Maschine. Wir teilen uns alle diesen berühmten Gabelstapler, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Und das ist hier so ein Netzwerk. Wir kochen oft dann immer freitags. Es gibt immer ein gemeinsames Mittagessen oder irgendjemand holt was zum Mittagessen. Und das ist so ein Ort, der eigentlich auch fast ist wie auf dem Land. Das ist wie so eine Insel, wie so ein gallisches Dorf auch noch in dieser immer verdichteter werdenden Stadt Berlin. Und natürlich ist es für uns, wird sie auch verdichtet werden. Und wir wollen das auch gerne hier noch mehr Platz schaffen für Leute, die auch Kleingewerbe betreiben, weil die sind besonders verdrängt hier oder gefährdet von Verdrängung in der Stadt. Da fehlt finde ich auch noch ein bisschen eine Lobby für Kleingewerbe in der Stadt Berlin. Und selbstbestimmt bedeutet für uns aber dann auch, dass wir hier einfach was machen können. Also man muss nicht irgendwie beim Vermietern Bauantrag stellen, wenn man da irgendwie eine Lampe aufhängen will oder wenn man mal was umbauen möchte, sondern wir sind hier sehr, es lebt hier total. Und weil hier so viele Handwerker sind, können die auch einfach dann ihre Gebäude selber renovieren, errichten, ausbauen. Und das ist wie so eine Utopie, finde ich. Und wenn jetzt eine Forderung, ich komme jetzt als Politiker, als Grüner, aber auch mit der Berliner Stadt. Wenn ihr so Forderungen an uns habt, was wäre jetzt die zentralen Forderungen, die ihr gerne von uns erfüllt hättet? Ich glaube, für uns ist wichtig, dass dieses Modell, was, glaube ich, einerseits sehr, sehr berlinerisch ist und das es schon sehr, sehr lange gibt und was aber vom Aussterben bedroht ist, dass das nicht als was Falsches gesehen wird. Und da muss man doch irgendwie einen komplett zubetonierten Gewerbepark hinsetzen, weil das halt das Einzige ist, was so eine Wohnbaugesellschaft, die hier das Ganze bebauen wird, leisten kann. Sondern ich glaube, man muss die Qualitäten dieses Ortes wirklich verstehen, die eben sehr, sehr typisch Berlin, sehr, sehr typisch Kreuzberg sind. Und hier lebt diese Kreuzberger Mischung total, ist auch sehr interkulturell mit diesen verschiedenen Gewerken. Der Automechanikermeister ist ein Geflüchteter aus dem Iran, der selber dort Blogger war und so weiter. Wir haben also verschiedene Nationen, verschiedene Menschen, die hier ganz bunt zusammenarbeiten. Die Nachbarn mögen uns auch. Und ich glaube, unsere Forderung ist, dass das eben verstanden wird und dass diese Qualität nicht wegbetoniert wird, sondern erhalten wird. Und dass unsere Ideen, die wir auch haben dafür, wie hier Geflüchtete integriert werden könnten, was besser funktioniert, wenn hier 150 Geflüchtete unterkommen anstatt 500, weil dann einfach der kleinteiligere Integrationsaspekt dann da auf jeden Fall zum Tragen kommt. Und wir dann auch mit unseren Qualitäten die Menschen integrieren können, anstatt dass dann hier irgendwie so ein umzäunter Block ist mit Wachschutz. Das ist ja nicht das, wofür die Menschen hier gekommen sind. Wir wollen denen ja auch gerne eine Art Selbstbestimmung ermöglichen, dass sie den Geflüchteten, die hier hinkommen werden, dass sie dann eben nicht nur in ihrem Betonfertigbau dann da so sind, sondern dass sie hier vielleicht irgendwie auch mitarbeiten können oder hier selber Werkstätten aufbauen können. Und ich glaube, all diese Qualitäten des Standortes sollte die Berliner Politik, da spreche ich jetzt nicht nur für die Grünen, sondern auch für die anderen Parteien und für die Senatsverwaltungen und für die Wohnbaugesellschaften. Und ich glaube, das muss verstanden werden und dann kann hier was besonders Großes entstehen, eigentlich so ein Modellprojekt wie Integration und wie irgendwie auch Handwerk in der Stadt gelingen kann. Herzlichen Dank, dass wir hier in diesem kleinen Paradies mal zu Gast sein durften. Ja, gerne.